Dieser Blush hier ist komplett viral gegangen. Ich sehe den gefühlt überall und schaut mal, was ich mir bestellt habe. Und das ist der Blush von Rare Beauty, also von der Marke von Selena Gomez. Der war leider fast ausverkauft, deswegen habe ich nur noch dieses knallige Pink hier bekommen. Ich habe den einmal schon verwendet in meinem neuen YouTube-Video. Und das ist echt nicht gut ausgegangen, deswegen nehme ich heute noch weniger. Oh je, ich glaube, das ist schon wieder zu viel. Das Ganze verblende ich diesmal mit einem Pinsel. Ich habe nämlich ein ganzes YouTube-Video gefilmt, wo ich Make-Up von Stars ausprobiere. Also eben Selena Gomez, Kylie Jenner, Kim Kardashian. Das Video ist schon auf meinem Haupt-YouTube-Kanal online, also schaut sehr gerne vorbei. Und wie ihr sehen könnt, ist das Blush wirklich sehr, 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 sehr pigmentiert. Sieht das so aus, als hätte ich einen Sonnenbrand? Ja, aber wenigstens passt das zum Lidschatten-Look, oder?